Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportfreunde auf MaverickTV. Mein Name ist Maverick Berlin und das ist meine persönliche Prognose zum dritten Bundesliga-Spieltag. Und zwar in der Kick-Tip-Runde nehmen wir mal als erstes hier in die Reihenfolge. Tim McKink mit 31 Punkten steht auf Platz 1. Bedeutet, vergisst auch diese Woche nicht in der Kick-Tip-Runde eure Tipps abzugeben. Und ja, was hat uns der zweite Spieltag geboten? Unfassbar dieses Freiburg-BVB-Ding. Ich wusste, BVB in Freiburg, das liegt ihnen nicht. Das ist schon öfters passiert. Und da ich sogar die Resultatwette da treffe, also das exakte Ergebnis des Spiels. Unfassbares Ding, eine 6er-Quote war das. Eine 6er-Quote auf Freiburg besiegt zu Hause den BVB. Das war der Monster-Volltreffer des zweiten Spieltags. Und auch der Auswärtssieg der Wolfsburger in Berlin saß auch. Und ich muss sagen, dank des Freiburg-Spiels war es schon ein ordentlicher Spieltag. Und ich würde mal sagen, gucken wir uns jetzt mal die neuen Duelle des dritten Spieltags an. Morgen sind wir dann eben mit der Europa League und der Conference League beschäftigt. Da gibt es ja unzählige Spiele. Die letzten Playoff-Duelle dann vor der Auslosung der Gruppenphasen. Ist auch sehr, sehr spannend. Und ich würde mal sagen, ach so, und heute steht auch nochmal das Spiel Bayern. Dann Lever, Goretzka, glaube ich, und Neuer wurden nicht mal mitgenommen zum DFB-Pokalspiel nach Bremen gegen Bremer SV. Wenn ich mich nicht täusche. Die haben noch dieses Nachholspiel im DFB-Pokal. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir die neuen Partien mal durch. Da haben wir Dortmund gegen Hoffenheim. Ja, die Dortmunder haben jetzt gegen Freiburg wichtige drei Punkte gelassen. Und ich denke, jetzt kommt eine Trotzreaktion. Die Hoffenheimer mit vier Punkten eigentlich ein ordentlicher Start. Und jetzt kommt natürlich eine Trotzreaktion und ein klar und deutlicher Dortmunder Sieg zu Hause gegen Hoffenheim. Ich denke, so ein 4-1, 5-1. Und ich lege mich auf ein 4-1 fest und sage, das wird ein 0-1-Handicap-1 mit einer 1,95er und eine ganz klare über 3,5-Tore-Partie mit einer 1,80er-Quote. Und auch die 1,95er für über 2,5-Treffer BVB. Ich denke, Dortmund wird gegen Hoffenheim mindestens dreimal zu Hause treffen. Dann sind wir bei Stuttgart gegen Freiburg. Und ich muss sagen, ja, die Stuttgarter halt mit dem Kantersieg gegen Greuther führt, dann eine Klatsche kassiert. Und die Freiburger, vor allem zu Hause, sind sie nicht zu unterschätzen. Da können sie jedem das Leben schwer machen. Und ich schätze Stuttgart trotz allem nicht so stark ein wie letzte Saison. Und ich sage, die Freiburger sind gut drauf. Und die werden hier das Ding auswärts regeln. Ich habe erstmal an einen Unentschieden gedacht, aber am Ende habe ich mich auf ein 1-2 festgelegt, dass die Freiburger in Stuttgart nochmal den auswärts Dreier holen. Für mich beide treffen mit einer 1,52er. Und alle, die nicht auf den direkten Freiburger Sieg gehen möchten, weil es ist natürlich auch schon eine ziemlich risikoreiche Partie, können auf eine stabile 1,70er-Quote mit x2 drauf zielen. Denn meiner Meinung nach wird Stuttgart Freiburg zu Hause nicht besiegen. Und da ist die 1,70er für x2 schon sehr lecker. Dann sind wir bei Mainz gegen Greuther führt. Und das wird meiner Meinung nach ein Mainzer Sieg. 2 zu 0 wird Mainz Greuther führt zu Hause besiegen. Ist eine 1,70er-1. Über 1,5 Treffer für Mainz ist eine 1,62er. Und ich glaube, Greuther führt erzielt dort kein Tor. So gesehen, beide treffen, nein, ist eine 2,20er. Auch eine lukrative Quote. Dann sind wir bei Augsburg-Leverkusen. Das wird meiner Meinung nach ein Auswärtsding für Leverkusen. Augsburg gehört zu den 4,5 Teams, die um den Abstieg mitfighten werden, meiner Meinung nach. Leverkusen ein viel besserer Start als letztes. Letzte Saison, die zeigen jetzt schon, dass die auf jeden Fall um die vier Ränge der Champions League, die gehören da rein. Und das zeigen sie jetzt auch langsam schon. Unfassbarer 4 zu 0 Kantersieg gegen Gladbach. Muss man erstmal hinbekommen. Meiner Meinung nach wird das ein 0 zu 2. Ein souveräner 2 zu 0 Sieg für Leverkusen auswärts in Augsburg. Ist zwei in der 1,75er und über 1,5 Treffer. Leverkusen ist eine 1,67er-Quote. Bielefeld Frankfurt ist für mich eine klare X-Nummer. Das wird eine 1,1. Eigentlich dachte ich einer ein 0,0. Aber ich denke nicht, dass Frankfurt zweimal hintereinander 0,0 spielen wird. Deswegen gehe ich hier von einem 1,1 aus. Ist für mich eine X-Partie mit einer 3,60er. Bielefeld immer sehr gut gestaffelt hinten. So gesehen die 1,Xer-Quote, dass Bielefeld zu Hause nicht verlieren wird gegen Frankfurt, schmeckt auch mit einer 1,72er. Da sind wir bei Köln gegen Bochum. Hier gehe ich von einem knappen... Die Kölner haben sich wirklich sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen gegen die Bayern. Von 0,2 auf 2,2 noch mal wiedergekommen in ein paar Minuten. Am Ende verlieren sie das Spiel. Aber 3,2, also das Ergebnis ist schon ordentlich. Bedenkt man, dass sie gegen Bayern gespielt haben. Und ich muss sagen, ich denke hier, dass die Kölner hier knapp mit einem Tor gegen Bochum mit einem 2,1 gewinnen werden. Für mich 1, eine 1,85er. Beide treffen eine 1,60er-Quote. Dann sind wir bei Bayern gegen Hertha. Und was sich da wieder der Selke erlaubt. Was will er da am Elfmeterpunkt? Was sucht er da überhaupt? Was sucht er? Im Endeffekt muss man sich wirklich ehrlich, sportlich, neutral die Frage auch stellen. Was sucht er in der ersten Elf? Bedenkt man, wie viel Geld da reingepumpt wurde und er startet. Das sind dann Dinge. Jetzt ist Cunha zu Atletico Madrid. Befodil ist jetzt als Neuzugang von Hoffenheim. Also da ist immer noch Bambule. Keine Ruhe bei der Hertha. Das ist unfassbar. Zwei Niederlagen haben sie kassiert. Jetzt kassieren sie die dritte in Folge und behalten die rote Laterne. Und es ist wirklich schade, was da in den letzten Jahren mit dem Big City-Club-Umbruch um Klinsmann herum, was dort jetzt passiert mit den Windhorst-Millionen. Und auch mit diesem ganzen Wechsel, mit dem ganzen Chaos, was da los ist. Und ich habe hier ein 4-0-3-0. Am Ende sage ich, das wird ein souveräner Bayern-Sieg mit einem 3-0. Kann natürlich auch höher ausgehen für mich. 0-2-Handicap, 1 mit einer 1,95er ist ein Ding. Und treffen beide? Nein, ist eine 2-0-5. Denn ich denke nicht, dass Hertha in Bayern treffen wird. Deswegen auch das minus 0,5 Treffer für Hertha ist eine 2-15er-Quote. Also eigentlich eine sehr, sehr stabile Quote. Und ich traue Hertha nicht mal ein Tor in München zu. 3-0 souveräner Sieg der Bayern gegen die Hertha. Und mit drei Niederlagen und solchen Millionen und so einem Team eigentlich, startet die Hauptstadt dann wieder sehr stabil in die Saison. Und da sieht man, die kommen einfach, die kommen da nicht auf den Nenner. Sportlich das hier irgendwie wieder Tendenz steigend zu bringen, ist unfassbar. Und dann sind wir bei Union Gladbach. Momentan halt ganz klar, der bessere Berliner Verein, muss man auch sagen. Nicht nur wohl sportlich, aber auch in vielen. Da ist voll die Ruhe, die ziehen ihr Ding durch. Jetzt auch in der zweiten Bundesliga-Saison. Und ich sage, die werden Gladbach das Leben sehr, sehr schwer machen. Und Union wird Gladbach mit 2-1 in die Knie zwingen. Für mich eine 1 mit einer 2,60er, über 2,5 Partie mit einer 1,80er. Also Union wird meiner Meinung nach gegen Gladbach zu Hause nicht verlieren. Und dann sind wir bei der letzten Partie. Wolfsburg gegen Leipzig. Wolfsburg der Tabellenführer. Und Leipzig, man sieht auch, der ungarische Superstar mit zwei sauberen Traumtoren für Leipzig. Leipzig hat da aufgerüstet. Und Wolfsburg hat natürlich auch, Wolfsburg hat meiner Meinung nach eine wirklich sehr, sehr stabile Mannschaft, die wirklich nicht nur um die Champions League, die können da sogar auch vielleicht mal zu so einem Contender um die deutsche Meisterschaft werden mit diesem Kader. Die sind wirklich sehr, sehr stabil unterwegs. Und trotz allem, schwieriges Spiel für mich, eine Punkteteilung. Für mich ein minus 2,5 Spiel mit einer 1,95er-Quote und ein X-Spiel mit einer 3,60er 1 zu 1 zwischen Wolfsburg und Leipzig. So, meine lieben Sportsfreunde und alle von der Maverick-Army, Dankeschön für eure Daumen hoch. Schreibt mir eure Tipps zu den Spielen. Wo seht ihr welche Mannschaft hier? Vor allem das Spiel Bayern-Hertha. Wie seht ihr dieses Spiel? Und auch Dortmund-Hoffenheim könnt ihr mir auch unten in die Videokommentare schreiben. Ansonsten könnt ihr auch alle neuen Spiele hier tippen und mir die Resultate. Ich werde sie mir durchlesen und ich wünsche euch dann einen schönen dritten Bundesliga-Spieltag. Und wenn ich dazu komme, werde ich mir nochmal die Europa-League-Qualifikationen und die Conference-League-Qualifikationen mal anschauen, die Partien unter die Lupe nehmen und vielleicht noch ein kurzes Video dazu morgen schnell vor den Spielen für euch verfassen. Dankeschön fürs Zuschauen. Mein Name ist Maverick Berlin. Ihr wart auf MaverickTV. Peace outa. Und ratatatata macht die Geldzieher-Maschine. Yeah.